Hallo liebe Pflanzenfreundinnen und Pflanzenfreunde! Auch heute darf ich euch wieder recht herzlich hier im Garten Steinfeld begrüßen und in der Reihe Pflanzenporträt möchte ich euch heute die Schachbrettblume vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei! Sie ist eine ausdauernde krautige Pflanze, welche eine 1-2 cm große Zwiebel mit relativ wenigen Zwiebelschuppen bildet. Bereits zeitig im Frühjahr treibt die Schachbrettblume ca. 20 cm lange Ständel mit 4-6 Laubblättern aus. Die Blüten sind schachbrettartig purpurrot-weiß bis grünlich-weiß gefleckt. In Mitteleuropa dürfte die Schachbrettblume nicht ursprünglich sein. Ihr Vorkommen geht demnach auf Verwilderungen und auf Auspflanzungen zurück. Die Schachbrettblume ist eine Lichtpflanze, die nur relativ wenig Schatten verträgt. Sehr häufig ist die Schachbrettblume auf Feuchtwiesen zu finden und zu trockenes Sommer übersteht sie meist leider nicht. Im eigenen Garten wäre demnach eine Stelle am Teichrand bzw. in der Sumpfzone ideal. . Spannungsvolle sind die Schachbrettblume auf die Schachbrettblume. Das Spannungsvolle sind die Schachbrettblume auch produzierte Schachbrettblume. Am Tag an einem neuen Garten zu freuen. Untertitelung des ZDF, 2020